Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder Jesse und wir schauen uns hier den nächsten Bossfight aus der neuen Raid Instance an und wir fangen gleich mal mit einer der wichtigsten Fähigkeiten an, das betrifft die Tanks. Und zwar bekommen die Tanks immer wieder so einen Debuff, der ist gar nicht so schlecht, weil der eingehende Schaden dementsprechend reduziert wird pro Stack um 10% und sobald ihr aber 10 Stacks erreicht als Tank, stirbt ihr instant. Bedeutet also, ihr müsst versuchen bei einer relativ hohen Anzahl von den Stacks so 7, 8, vielleicht auch 8, 9 abzuspotten, dann muss der Off-Tank den Boss übernehmen. Und jetzt kommt das folgende, was ganz ganz wichtig ist, wenn der Off-Tank den Boss nimmt, also wenn ihr als Tank den Boss übernehmt, müsst ihr sofort einen Cooldown anhaben. Der Boss schlägt auch auf den unteren Schwierigkeitsgraden schon so hart zu, dass er euch einfach aus den Latschen haut. Und zwar nicht zu spät, sondern mit dem Pool, also wenn ihr den abnehmt, weil ihr ja noch keine Stacks von diesem Stich habt, weil ihr noch kein Reduced Damage habt, da müsst ihr das direkt was anmachen. Wenn dann ein paar Stacks aktiv sind, dann hält sich das Ganze ganz gut. Des Weiteren habt ihr es schon im Hintergrund gesehen, es kommen immer wieder mal Ads, die müssen natürlich vom anderen Tank eingesammelt werden, werden Offsides vom Boss getankt und getötet. Und tötet die Ads nicht gleichzeitig. Das Problem ist, solltet ihr die Ads nämlich gleichzeitig töten, dann gibt es so ein AOE Raid Damage und dann ist hier der Raid mehr oder weniger Geschichte. Deswegen, die müssen mit einer kleinen Verzögerung sterben und zusätzlich dürfen die Ads nicht zu nahe am Boss sein. Sollten die nämlich zu nahe am Boss sein, dann aktiviert sich so ein Buff und die erhalten fast keinen Schaden, beziehungsweise auch der Boss dementsprechend nicht. Also, Tanks nochmal, weil es wirklich wichtig ist, wenn ihr euch den Boss schnappt, habt einen Cooldown an, denn ansonsten werdet ihr instant umgefahren. Wenn ihr ein paar Stacks abgekriegt habt, hat sich die Sache mehr oder weniger ischen erledigt, dann wirkt der Stack für euch, aber lasst euch nicht auf 10 Stacks hoch, weil dann stirbt ihr instant. Also es muss so bei 7, 8 oder vielleicht 8, 9 abgespottet werden. Sammelt ihr Ads ein, zieht die Ads weit genug vom Boss weg und dann die ganzen Ideen, Ads haben immer die höchste Priorität, aber wenn ihr die tötet, nicht alle gleichzeitig. Zusätzlich müssen wir noch dazu sagen, also wenn die Ads sterben, hinterlassen die so Flächen am Boden und da muss wer reinlaufen. Also das ist der Weight Damage, der anschließend erfolgt, wenn die Flächen nicht gesoogt werden. Wenn sie gesoogt werden, immer mit einem Cooldown bietet sich natürlich für den Off-Tank an, wenn der nämlich noch ein paar Stacks hat, kann er das Ganze gut erweiten. Und dann kommt die gefährlichste Fähigkeit überhaupt in den Kampf, ihr seht schon, das passiert 3 Mal und zwar fällt, ich sage einfach Wasser, es fällt so Wasser von oben nach unten immer wieder über den ganzen Kampf und das hat eine relativ große Range. Da müsst ihr ganz genau darauf achten, dass ihr euch in die freien Lücken stellt, das hat die höchste Priorität. Also hier nicht noch den Cast fertig machen oder sonstiges, das ist nämlich auch schon enorm tödlich. Sobald diese Fähigkeit kommt, 3 Mal hintereinander, wo ihm das Wasser von oben fällt, sucht euch die freie Position und movt dementsprechend. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir das nochmal mit den Ads, ihr seht schon, die Ads sterben, hinterlassen ihre Fläche, stellen den Spieler rein, kann auch ein Mage mit Eisblock, irgendwelche Cooldowns halt am besten aktiv haben, um die Fläche dementsprechend zu soaken. Und dann kommt gleich nochmal, also es wiederholt sich immer wieder, ein paar Mal auch jetzt auf die ersten Phasen, bevor wir dann in eine Übergangsphase kommen, wo wir runterlaufen auf die untere Plattform und unten beginnt dann der ganze Spaß mehr oder weniger noch einmal. Ich glaube man hatte 2 bis 3 von diesen Dropphasen, wo es eben von oben runter regnet und da haben wir halt, wie es in der Testphase üblich ist, da haben wir halt immer die meisten Spieler verloren, also darauf gilt es zu achten. Zusätzlich ist das teilweise ungünstig getimt, dass ihr auch einen relativ bescheidenen Übergang habt, dass vielleicht nochmal Ads spawnen, währenddessen der Boss dann nach unten flüchtet, da müsst ihr drauf aufpassen. Also wir nehmen dann Cooldowns, tötet die Ads oben und dann runter, weil der Boss hat noch so einen Cast, der dementsprechend unterbrochen werden muss. Was man hier auf jeden Fall noch dazu sagen muss, bevor uns jetzt der Boss hier abhaut, ist, es werden auch immer wieder Spieler mit so einer Inkubationsflüssigkeit belegt. Wenn ihr den Debuff habt und bevor der Boss den Debuff dann triggert, stellt euch bitte außerhalb des Raids auf. Bei der Runterlaufphase über die Rampe, ganz einfach, ja, versuchen so wenig wie möglich auszulösen, lauft nicht in die markierten Kreise rein und dann könnt ihr unten den Boss direkt triggern. Wir wissen jetzt nicht, wir haben es beim Test direkt gemacht, sobald mehr oder weniger Tank Heal unten war, haben wir angefangen den Boss einfach zu unterrumpen. Ihr seht, der Cast, ihr habt nicht ewig Zeit, um runter zu laufen. Und, was man vielleicht nochmal dazu sagen muss, wir hatten in diesem Drive, beziehungsweise in diesem Kill, ging sich das mit den Ads oben aus. Also es könnte teilweise passieren, wenn die Überlagerung super schlecht kommt, dass ihr einfach mit Cooldowns nach unten lauft und die Ads folgen euch dann teilweise. Sobald dann der Cast unterbrochen ist, war es in der Regel so, dass einfach wieder neue Ads erscheinen und ihr natürlich diese neuen Ads wieder dementsprechend fokussieren müsst. Also es gilt immer weiterhin auch die Regel von den Tanks und so weiter, holt euch die Ads, zieht sie von mir aus auf die Seite, whatever, es gibt ja immer wieder Raidschaden und dann fahrt ihr die um. Es sei denn, der Boss ist wirklich schon in einem Low-Bereich, unter Anführungszeichen, dann könnt ihr die Ads auch noch gezielt ignorieren und versuchen, den Boss zu töten. Denn, wenn ihr natürlich die Ads tötet, erscheinen die Pfützen und wenn keiner in die Pfütze reingeht und kein Cooldown mehr ready ist, dann stirbt der Raid an dieser Explosion. Also hier ist ein, das Ad-Management ist in diesem Kampf einfach entscheidend, ob ihr es schaffen werdet oder eben nicht. Im Zusatz, da sollte man noch sagen, eigentlich sollte es noch zwei riesige Ads geben, wobei eins dieser Ads so eine Hexe ist. Die hatten wir jetzt während der Testphase nicht. Also wir müssen mal schauen, ob sie es da im Final reingeschafft hatten. Wir hatten jetzt hier nur die kleinen Ads, solltet ihr aber die Ads haben, die großen, achtet darauf, die richtig zu positionieren und interruptet die Cards der Hexe so oft, wie es halt eben möglich ist. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Fähigkeit, also neben den ganzen Fähigkeiten aus dem ersten Teil, gibt es noch die Aqualanze. Wird ein zufälliger Spieler markiert, bitte nach außen laufen und alle anderen achten darauf, weil es werden danach so Wellen ausgelöst, dass ihr diesen Wellen ausweicht. Ja Freunde, das war es jetzt mal. Wie ihr seht, ist schon einer der spannenderen Kämpfe. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, abzuhören mit in den Kommentaren. Und ich wünsche euch immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.